Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Halo Spartan Assault. So, dann mache ich da weiter, wo ich letztens aufgehört habe mit der Operation B, den Parrot Shield. So, und die Belagerung von Faraday. Obwohl Spartan Palmer Deteros V waren konnte, brachte Angriff der Allianz wie ein Tsunami über die Kolonie herein. Die wichtigsten Außenposten auf Deteros V, die Farad-Basis, lag an der Grenze zwischen einem Gebiet mit dichter Vegetation im Norden und einem gigantischen Bergplateau im Süden. Als die L-Invasionstruppen eintrafen, könnten sie den äußeren Verteidigungsring um Faraday schnell durchbrechen, noch eher die Geschütztürme der Basis voll einsatzfähig waren. Palmer begab sich auf den Schlachtfeld und wertete beinahe im Alleingang die Angriffswelle der Ogoi-Selbstmordeinheiten ab. Ja, Ogoi. Ja, genau. So, die auf die dicken Betonmauern hinter der Verteidigungslinie einstürzten. So, ich habe, okay, Sturmgewehr, Magnumpistole, Schockladung habe ich dabei, Booster nehme ich gar nicht mit. So. Also, finden Sie, dass die Allianz die Schütztürme, Türen zerstören. Okay. Okay, jetzt heißt es hier. Ja, gut gemacht. Das ist ein Selbstmord-Runt. Erledigt. Ich stehe unter Beschuss! Wir können Gesellschaft! Oh, scheinbar zwingend. Okay. Vollnehmer. Ich wollte sagen, scheint ja ziemlich... Locker, lockig zu gehen, aber das ist nicht der Fall, denke ich mal. Wenn ich so sehe, dass das nicht mehr... Ich sehe sie! Ich will Max, ich will Max! 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 ich sehe sie jetzt hat sich einheiten ausschalten fertig jetzt nicht gedacht dass so schnell geht sogar ein goldstern wunderbar so dann würde ich mal sagen ja was das auch wieder fürs erstes nächstes mal geht es dann weiter mit entsandte für das reaktor feld ansonsten würde ich sagen was hast wir für das erste ich hoffe es hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen tag noch bis bald und tschüss